Radio for Kickers, Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Dieter Wirsching, der Urlaub war kurz, aber ich hoffe trotzdem erholsam. Herr Zell, kurz, dein Urlaub, wo warst du? Ja, wir waren ein paar Tage am Chiemsee mit der Familie und leider Gottes haben wir auch da die Regenzeit erwischt und dann hat es uns weitergetrieben über die Alpen an den schönen Gardasee und da haben wir wirklich gutes Wetter erwischt. Eine Woche lang natürlich schon auch Fußball im Gedanken, aber eine Woche Blödsinn machen mit den Kindern, spielen, abends gemütlich essen gehen mit der Familie. Das ist natürlich nach Augenblicke für mich, die ich ja während der Saison oder auch während des normalen Jahres nicht allzu oft habe. Es war schön, es war erholsam, aber ich freue mich jetzt echt auf Montag, dass das Training wieder losgeht und vor allem freue ich mich logischerweise auf den 12.7. auf den Saisonstart. Das ist sicherlich richtig, aber bis dahin ist natürlich noch viel Arbeit für Zwicker Kickers. Die erste Saison, darf man sagen, erfolgreich bestritten, wenn es auch zwischendurch mal ein paar Ergebnisse gab, die dann nicht so erfreulich waren, aber man kann alles in allem sagen, erfolgreich. Was wird sich ändern? Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich gebe dir in der Tat recht, dass wir eine tolle Saison gespielt haben. Wir waren Doppelaufsteiger. Ich denke, für alle waren wir einer der Abstiegskandidaten Nummer eins. Wir sind nie in die gefährliche Zone gekommen. Aber die Saison hat eben auch gezeigt, wo der Schuh drückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Erkenntnisse haben wir natürlich analysiert, aufgenommen und werden versuchen, ab Montag, dann vor allem auch ab dem ersten Saisonspiel uns noch besser konzeptionell und als Mannschaft noch intensiver und noch stärker aufzustellen. Und so haben wir dann eben auch unsere Neuzugänge ausgewählt, einige Spiele eben auch abgegeben. Und da erwarte ich mir schon nochmal einen Impuls, damit wir die Leistung, die wir letztes Jahr gebracht haben, schon nochmal verbessern können. Der Trainer Dieter Wiersching hat seinen Lehrgang sehr, sehr gut abgestanden, steht natürlich immer unter Dauerstress. Normal geht man in der Regionalliga, geht es her mit Blick nach oben und sagt, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten und mache nur noch den Trainer. Ihr habt zusätzlich nochmal einen weiteren Co-Trainer verpflichtet. Das heißt also, soll sich da vom Konzept, von der Ausrichtung auch ein bisschen was ändern? Ja klar, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, um sich einfach etwas professioneller aufzustellen. Wir haben jetzt dann mit Lamin Cissé und auch mit dem von dir angesprochenen Manuel Endres zwei wirklich aktive Co-Trainer mit im Team. Manuel hat vor allem auch früher Stürmer gespielt, ist Offensivspieler Lamin. Wer ihn kennt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns bei den Kickers, der Defensivbereich, ich soll dann bei der Puzzleteile zusammensetzen. Wir haben im weiteren Trainerteam natürlich mit dem Frank Goldwitzer einen ausgezeichneten Torwarttrainer. Wir haben mit dem Guckenberger, mit dem Gucki einen guten Fitnesscoach. Wir haben mit dem Dominik Ruh einen sehr guten Analyse-Trainer, der uns die Gegner auseinanderlegt und uns gut vorbereitet für die Spiele. Also es ist schon ein intensives Team, wir haben uns da entwickelt. Zu meiner Position ist klar, also ich habe hier viel zu tun und wir sitzen jetzt ja schon ein paar Stunden auch hier jetzt zusammen oder einige Zeit, du kriegst es ja auch mit. Dementsprechend natürlich, jeder der mich unterstützen kann und genießt jetzt neu der Manuel Endres natürlich mein volles Vertrauen, ist herzlich willkommen. Es ist wie gesagt ein Schritt in die richtige Richtung und dann wollen wir gucken, dass wir uns da weiterentwickeln. Wie es mit meinem B-Schein weitergeht. Ich habe jetzt die Lizenz ohne die Auflage bekommen, dass ich meinen B-Schein zeitnah abarbeiten müsste. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir wollen gut in die Saison starten, wollen eine gute Vorbereitung hinlegen und dann denke ich, wird sich das Ganze eins nach einem anderen Böe a Böe auch ergeben. Natürlich gibt es auch einige Abgänge bei den Würzburger Kickers, einige Spieler, die verabschiedet werden. Abgang Sebastian Sonnenberger. Leider, leider muss natürlich auch verkraftet werden. Zwei, drei Worte von deiner Seite aus zu den Abgängen in diesem Jahr. Ja, wir haben ja letztes Jahr durch den Doppelaufstieg natürlich auch erstmal für die Bayernliche geplant. Durch die Relegation sind wir in der Regionalliga und dann 28 Spieleruntervertrag. Und dementsprechend haben uns ja im Winter schon ein, zwei Spieler verlassen. Und auch jetzt zur Saison wird uns der eine oder andere komplett verlassen. Der eine oder andere geht runter zu den Amateuren. Und du sagst es, mit Sebastian Sonnenberger tut man natürlich schon einen sehr wichtigen Spieler verlieren. Aber das ist auch Teil der Kickers, das ist auch Teil unserer Daseinsberechtigung auf der Fußballlandkarte Deutschland. Wenn ein junger Mann mit 21 so eine Saison spielt, sich so einbringt, wie das der Sebastian getan hat, das so nach außen dringt, wie das scheinbar passiert ist, bis nach Kaiserslautern in die Pfalz. Und der Sebastian trotz laufenden Vertrag dann die Freigabe von uns bekommt und der Teil bekommt, dann ist das einfach eine Chance, sowohl für den Sebastian wie auch für uns Kickers. Einfach weiterhin gute Spieler auszubilden, nach vorne zu bringen, aber eben auch so seriös zu sein, um zu sagen, okay, du bekommst auch die Chance. Wir hätten ja auch sagen können, nee, nee, lass gut sein, Sebastian, du hast noch nie einen Vertrag, wir brauchen dich. Aber so arrogant und so frech sind wir eben noch nicht, noch nicht ganz so gefestigt. Und dementsprechend wünsche ich dem Sebastian natürlich alles Gute, bedanke mich auf dem Weg auch nochmal wirklich für sein Engagement, für seinen Einsatz. Er war mit Herz und Leidenschaft dabei. Und sollte er es nicht schaffen, bis in die zweite oder erste Liga, also direkt zu den Profis durchzustarten, dann ist er bei uns natürlich immer herzlich willkommen. Und ich denke, das weiß der Sebastian. Und so haben wir dann auch die Verhandlungen geführt. Ich habe mit ihm persönlich auch sehr viel gesprochen und er war oft bei mir und was soll ich tun, was soll ich machen. Und ihm ist die Entscheidung sicherlich auch nicht einfach gefallen, aber er ist nun mal unheimlich ehrgeizig. Wie sieht es im weiteren Kader aus, Verträge, alles unter Dach und Fach? Ja, ich würde sagen, per heute, und das ist ziemlich druckfrisch, sind wir zu 99,99 Prozent mit der Kaderplanung zu Ende. Wir haben, wie gesagt, einige Spiele abgegeben. Wir haben ja im Winter schon den Adrian Istrevi rechtzeitig verpflichtet, der endlich spielberechtigt ist für unsere Rothosen. Wir haben mit Peter Endres ein sehr erfahrener Sechser-Linksfuß-Standardspezialist dazubekommen. Wir haben mit Kasanidis einen sehr talentierten 18-Jährigen vom Stadtrivalen, vom FV dazubekommen. Ein toller Fußballer, der natürlich logischerweise noch nicht am Ende seiner körperlichen Entwicklung ist. Wir haben dann einen absoluten Perspektivspieler mit dem Daniel Dirol dazubekommen von 1. FC Nürnberg Amateure, der im Moment im Aufarbeiten eines Kreuzpantresses ist, wo es noch ein bisschen dauern wird, der sich uns anschließen wird. Den wir natürlich unterstützen bei seiner Genesung. Und wir haben zwei gute große Transfers getätigt, jetzt kurzfristig oder erst gestern beziehungsweise heute abgewickelt. Den Corwin Behrens, den wieselflinken Außenstürmer aus Goslar mit einer tollen Regionalliga-Erfahrung aus dem Norden. Und es ist uns heute gelungen, auch noch einen ehemaligen Fußballprofi zu verpflichten. Einen guten Bekannten von mir hat uns den empfohlen, es waren viele intensive Gespräche mit dem Pascal Bieler. Und es ist einfach einer, der uns nochmal auf ein anderes, auf ein neues Niveau hieven und bringen wird, um eben teilzuhaben zu haben und ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung sein wird. Am Montag Trainingsstart, du freust dich natürlich schon, wie soll die gesamte Vorbereitung bis zum 12. Dann geht es direkt im ersten Spiel nach Spreinfurt, am Freitagabend 19.30 Uhr. Und wie soll die ganze Vorbereitung ablaufen? Die Pause war kurz. Die Jungs trainieren ja eigentlich schon seit vergangenem Montag mit unserem Fitnesstrainer im Core-Bereich, im Stabilitätsbereich. Die Spieler haben auch Hausaufgaben, um zu laufen. Und am Montag beginnt dann das offizielle Training, wo wir dann auch gleich in die Themen einsteigen werden. Es ist klar, jeder, der die Tabelle lesen kann, war mit 52 Punkten zufrieden. Mit den erzielten Toren waren wir auch zufrieden. Der Schuh hat gedrückt in der Defensive und da werden wir ansetzen, ohne dass wir unser attraktives Spiel verlieren werden. Wir werden in der ersten Woche sehr intensiv in fußballspezifischen Ausdauerthemen arbeiten, aber auch schon in Verbindung mit der Taktik. Eine Woche später werden wir uns dann schon in die Sprint- und Sprung-Schnellkraft machen. Die Woche drauf werden wir dann natürlich im regenerativen Bereich und in Spritzigkeit arbeiten. Und dann wird uns das Eröffnungsspiel am 12. abends in Schweinfurt Flügel verleihen und durch die Qualen der Vorbereitung tragen. Und am 12. denke ich, werden wir mit Messer in den Zähnen bewaffnet, um 19.30 Uhr ins Willisackstadion einmarschieren, um uns die ersten drei Punkte erholen zu können oder zu wollen. Das ist unser Ziel. Und ja, wir haben letztes Jahr dazugelernt als Aufsteiger in Ismaning, haben ein tolles Spiel gemacht, haben 2 zu 0 verloren. Diesmal geht es zu einem ambitionierten Aufsteiger nach Schweinfurt, die 2018 in der dritten Liga sein wollen. Es wird kein Spaziergang, aber ich denke, meine Jungs werden am 12. fit und wirklich hoch engagiert und motiviert für die Kickers versuchen, dort Punkte zu holen. Und dann geht es am 17. direkt mit einem Top-Highlight weiter. Ja, dann haben wir das Heimspiel zu Hause gegen die Bayern. Können wir uns gut an die vergangene Saison erinnern. Schlechtes und bescheidenes Wetter, fast 6000 Zuschauer. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight, das ist klar. Und da freuen wir uns drauf. Die Marketingmaschine der Kickers ist angeschmissen. Ja, geht alles in diese Richtung für das erste Heimspiel. Aber mein Job ist es natürlich, mich und meine Mannschaft vorzubereiten für das Spiel gegen Schweinfurt. Und das ist jetzt für uns das Wichtigste und das nächste Ziel. Und dass da hinten drauf gleich die Bayern folgen, ist natürlich für den Gesamtverein, für die Zuschauer, für die Fans eine tolle Geschichte. So wie die Planung läuft, ich meine, wir haben dann auch noch nicht immer die genauen Daten, aber wird es am 11.07. eine Live-Sendung bei uns im Radio geben. Und diese Live-Sendung wird von einem ganz, ganz speziellen Ort aus stattfinden. Ja, also noch hängt der Termin ein bisschen, aber es wird in der Eichhornstraße in Würzburg einen Fan-Store geben für die Würzburg Kickers und auch mit weiteren Mannschaften wie die S. Oliver Baskets, wie die Riempower Wölfe, FC Bayern, Borussia Dortmund, DFB. Also all die Vereine, die durch unseren Sponsor, die Firma Fly Alarm, eben auch im Sportsponsoring-Bereich unterstützt wird. Das wird uns ein Stück weit nach vorne bringen. Das ist etwas, was wir schon immer wollten, eine Präsenz in der Stadt haben für Kartenverkauf, für Merchandising-Artikel. Und wenn man eine Möglichkeit hat, so einen Laden auch eben, wie gesagt, mit solchen Artikeln um Würzburger Kickers herum zu veräußern, das ist natürlich eine geile Sache. Und gut, Termin ist anberahmt, ist noch nicht tausend Prozent manifestiert, aber es läuft die Planung dahin und dann können sich unsere Fans noch kurzfristig eindecken für die Auswärtsfahrt nach Schweinfurt und vor allem auch mit Tickets dann für das sicherlich Highlight-Spiel zu Hause gegen die Bayern. Dieter, wir wünschen dir noch ein schönes Wochenende, das letzte freie Wochenende, wie du mir vorhin gesagt hast. Und natürlich wird es auch wieder mit Arbeit verbunden sein. Am Dienstag werden wir uns live melden aus dem Stadion und werden dann natürlich mit dem einen oder anderen Neuzugang sprechen und alles Weitere mit den Würzburger Kickers vorstellen. Dankeschön fürs Gespräch. Danke, Margie, gerne. Dein Mix für gute Laune. Radio for you. Radio for you. Radio for you. Vielen Dank.